So kannst du deine Matratze bei Milben und Milben-Code reinigen. Doch zuerst stellst du dir mal die Frage, sind denn in jeder Matratze Milben? Die kurze Antwort lautet, ja, es ist in jeder Matratze eine Milbe drinnen. Im Normalfall nicht nur eine, sondern ganze eineinhalb Millionen Milben sind in einer Matratze und in warmen Sommermonaten kann sich die Anzahl sogar steigern bis auf 10 Millionen. Mit dem bloßen Auge kannst du sie nicht erkennen, sondern dazu brauchst du einen Mikroskop, denn diese kleinen Tierchen sind nur 0,1 bis 0,5 Millimeter groß. Was jetzt an sich problematisch ist, ist vor allem der Milben-Code, auf den man dann auch allergisch reagieren kann. Du kannst die Milben zwar nicht komplett aus deiner Matratze entfernen, du kannst sie aber erst einmal stark minimieren und auch die Stoffe, auf die man dann allergisch reagiert, vermindern und somit auch dann die allergischen Symptome zu reduzieren. Wie entferne ich Milben aus der Matratze? Sie lieben Feuchtigkeit und Wärme. Deswegen geht es bei unseren Haushaltstipps darum, dass wir genau hier ansetzen. Erstens, achte darauf, dass die Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer nicht über 60% liegt, besser wären sogar 50%. Hast du allergische Reaktionen oder fällt dir das Atmen schwer, achte darauf, so wenig Textilien wie möglich im gesamten Schlafzimmer einzusetzen, denn es ist so, dass nicht nur im Bett die Milben wohnen, sondern auch in Teppichen, Vorhängen, Stofftieren und und und. Dementsprechend versuche, so wenig wie möglich einzusetzen. Drittens, reinige deine Matratze, Bettdecke, Kopfkissen und 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 regelmäßig. Sogar auch, dass du den Teppich vom Boden wegnimmst, einmal feucht auffischen kannst, damit du wirklich jeglichen Lebensraum, der dem Milben zur Verfügung steht, einmal gründlich reinigst und ihnen keine Chance gibst, sich langfristig einzunisten. Viertens, schlage dein Bett jeden Morgen auf. Lass die Matratze wirklich gut durchlüften, damit so wenig Luftfeuchtigkeit wie möglich in deiner Matratze drinnen bleibt, denn wir schwitzen bis zu 1,5 Liter pro Nacht und es geht darum, dass wirklich die ganze Luftfeuchtigkeit hier hinaus kann. Fünftens, wechsel regelmäßig die Bettwäsche. Hier geht es darum, dass du wirklich auch darauf achtest, dass auch alles sauber bleibt. Wasche die Wäsche bestenfalls bei 60 Grad oder mehr, denn hier tötest du die ganzen allergischen Stoffe in deiner Bettwäsche ab und macht das Ganze auch abhängig davon, wie stark oder wie wenig du schwitzt. Zum Beispiel im Sommer kannst du die Bettwäsche ruhig öfters waschen, da du ja regelmäßiger und mehr schwitzt. Möchtest du so viele Milben wie möglich in deiner Matratze entfernen, dann kommst du um Sprays nicht herum. Ja, diese klassische Chemiekeule ist dann oftmals dann doch auch sehr effektiv. Hier solltest du dann auch darauf achten, ob du auch die ganzen Stoffe, die drinnen sind, verträgst, ob das auch vom Ökotex alles passt und wenn du mit denen dann arbeitest, ja, natürlich gehen da noch mehr raus, aber es kann natürlich auch noch andere Effekte dann haben, die man vielleicht im ersten Moment nicht so sieht und mit den ganzen Haushaltstipps kannst du euch schon nochmal viel abfangen damit und ja, natürlich, wenn du sagst, es reicht nicht aus, dann kannst du natürlich noch mehr Gas geben und mit der Chemiekeule noch einmal reinschwingen. Bei diesen Milbensprays geht es darum, dass die Hautschuppen dann nicht mehr gut schmecken für den Milben, sie nachher nicht mehr essen, somit verhungern und sterben. Und möchtest du für eine pflanzliche Alternative greifen, dann gibt es einen eigenen Milbenspray aus den Samen des Nebenbaumes, dem Mann Mahalin und da ist es eben so, dass der diese genaue gleichen Effekte erzielt und den kriegst du sogar rezeptfrei in den meisten Apotheken. Wie gehst du bei so einem Milbenspray vor? Ganz einfach, du nimmst den Milbenspray, sprühst du aus ca. 30 cm die ganze Matratze ein. Wichtig ist, dass du nicht nur die Oberseite einsprichst, sondern auch die Seiten und die Unterseite. Danach wartest du ca. 15 bis 30 Minuten. Natürlich, je länger du wartest, desto mehr kann der Wirkstoff wirklich seine Kräfte entfalten. Und abschließend sorgst du dafür, dass der Bezug sich wieder trocknen kann. Das heißt, schön auslüften, trocknen lassen und danach kannst du dich wieder normal in deine Matratze legen. Kann man Milben auch absaugen? Jein, also jetzt nicht wirklich. Es gab schon mehrere Tests, ob man das Milben wirklich absaugen kann. Und es ist so, dass wenn du mit einem speziellen Milbensauger arbeitest, kriegst du nur 10% der Milben aus deiner Matratze heraus. Solltest du jetzt dann wirklich sagen, okay, das zahlt jetzt nicht wirklich aus, was ist, wenn man es öfters macht? Man hat auch herausgefunden, wenn man 30 Saugvorgänge vornimmt, dass man 80% der Milben auch wirklich herausbekommt. Ob man das jetzt wirklich möchte oder nicht, muss jetzt jeder selber für sich entscheiden. Ja, es gibt natürlich auch andere Wege und das Beste ist natürlich, schon vorher schon anzusetzen, mit austrocknen, wenig Wärme. Und es gibt auch noch eigene Sauger, die dann vorne diese Rollen oben haben, die auf jeden Fall vermeiden, weil mit diesen Rollen sorgst du dafür, dass du die Struktur von deinem Matratzenbezug kaputt machst und somit diese schon nach kürzester Zeit defekt ist. Möchtest du das jetzt wirklich einfach grund auf die Matratze gegen Milben reinigen oder von Milben befreien, dann kommst du eine professionelle Reinigung nicht herum. Die sind meistens in verschiedenen Orten zu finden und kosten natürlich je nachdem, wie weit der Anfahrtweg ist. Möchtest du weitere Tipps erhalten, wie du deine Matratze reinigen kannst und damit sogar die Lebensdauer um fünf Jahre verlängern kannst, dann klicke auf das Video neben mir.